so freedom 3 episode 3 level 8 das letzte level von episode 3 ok da geht es nicht rein naja, ist ja gut jetzt mach mal eine schnauze hier ach so, das Ding ähm also, dich und dich nehmen wir und dann so, wer gibt es hier erstmal nicht oh, Alter, war Verbleib terrible los ервos ur 名 die de an ab e Kommt noch mehr? Gibt man hier Schaden? Nein. Boah, einer, leider. Oh, der Spot ja alles rein, was bei 3 nicht auf den Bäumen ist. Ey, das ist ja nicht mehr normal, ja. Wo bin ich denn wieder hängen geblieben? Scheint Kronleuchter. Und jetzt rein? Nein. Was wollen wir denn rein? Okay. Oh, verschwindet sich auf der Wammel. Genau, ne Macke. Wow, ich bin durch. Ich hab schon wieder aufgesammelt. Alter, was ist denn hier los? Er leckt mich doch am Arsch. Wie du sammst hier auf der Scheiß-Jahrzeit hier auf? Geht doch. Geht doch. Geht doch. Geht doch. Geht doch. Geht doch. Diese ganze Drechen der Scheiße. Oh, Alter. Geht doch. Geht doch. Das war's. 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 Gut, ich hoffe mal, hier geht das von keiner mehr. Das war's. 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 Ah, verstanden. Ach, da bin ich hingeflieben. Okay. Okay. Das war's. 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 Oh nein. Das war's. 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 Das reagiert gar nicht. Kann sein, dass ihr gar nicht auf Geräusche reagiert? Oh Mann ey Doch, achso, ja, weil ich sie jetzt gerade angeschossen habe Ja siehste, eben, wenn ich sie anschieße, reagiert sie jetzt nicht sofort Und Leute, wirst du Warum mach bitte nicht, was du willst, sondern geh einfach sterben Hier bitte mal herkommen War da nicht, war da nicht auch welche? Achso, wer ist denn jetzt, Armeleuchter, hallo? Das gibt's doch ja nicht, jetzt komm her So, umschneppt jetzt nicht ab Wieder rumhopsen kann hier So, umschneppt okay Ich hab das nicht reibing. Ich hab das nicht reibing. Merkt dann gleich mal meine Lusteslosigkeit an. Na klar. Aber schon am Ende hier nochmal richtig oder eine reindrücken. So, jetzt sind die eigentlich alle weg hier. Ne, das ist jetzt immer noch einer. Kann ja mal passieren, dass man stirbt, ne? Ah, ja mehr. Ja. 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 So, gleich ist er tot, wir können aufpassen. Und nicht mitten im Weg stehen bleiben. Digga, ich wollte gerade schießen. Ja, man rippt alle nichts, ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war schon eine recht unnötige Sache. Und dann, dass man da unten erstmal die Kacke erledigen muss und dann auch noch wenige Kacke, die man kämpfen kann. Vor allen Dingen das Schlimme ist natürlich immer, dass man, wenn man das Ding umgebracht hat, nicht mehr in Rom Munition einsammeln kann. Weil ja, dann nach einer gewissen Zeit das Spiel automatisch dann automatisch beendet wird. Was ist das denn? Dass man immer auf so viele Sachen gleichzeitig achten muss, ist sowas von nervig. Oh Gott. Das ist halt wirklich das Einzige, was an diesem Ultimate Doom ein bisschen blöd ist. Nicht ein bisschen blöd, sondern total blöd. Tja, ich weiß nicht. Dark Encounter lasse ich das heute mal aus, weil da kommt bloß noch von Schmerz. Dann ist es durch. Und morgen würde ich auch nochmal spielen. Da lasse ich mir lieber für morgen. Da habe ich wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Zeit. Keine Ahnung. Egal. Okay, das war jetzt erstmal. Schau mit V. Egal. Egal. Egal.